Musik Nehmen Sie Platz im Weißen Röstl am Börthersee. Lassen Sie sich verwöhnen und werden Sie Teil eines rasanten und witzigen Theaterabends beim Theatersommer Klagenfurt vom 22. Juni bis 16. Juli im Stadthaus Klagenfurt. Im Weißen Röstl am Börthersee. Keine Operette, doch völlig aus der Fassung. Tickets und weitere Informationen unter www.theatersommerklagenfurt.at